Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich solche Karaffen hier, zum Beispiel von Sodastream, wieder richtig sauber machen kannst, wenn du mit einer Bürse oder mit einem Lappen hier nicht wirklich weiterkommst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige dir jetzt einmal die zwei effektivsten Varianten für zu Hause anhand meiner normalen Glaskaraffe und diese von Sodastream, wo zuvor Sirup drinnen war. Variante Nummer 1 funktioniert mit ganz normalem Reis. Hierfür einmal ungefähr 3 Esslöffel Reis in eine Glaskaraffe hineingeben. Das geht am besten übrigens noch, wenn man einen Trichter oben drauf tut. Und anschließend noch etwas mit heißem Wasser auffüllen. Das sollte jetzt auch schon reichen. Wichtig hierbei ist aber, bei den Plastikflaschen von Sodastream wird vom Hersteller empfohlen, dass man nur kaltes Wasser verwenden sollte. Danach können wir den Deckel oben drauf schrauben. Im Notfall, wenn wir keinen Deckel haben, auch mit der Hand natürlich oben festhalten. Wichtig dabei nur, dann sollte man kein ganz heißes Wasser verwenden. Denn sonst verbrennt man sich natürlich. Und danach einfach einmal die Karaffe mit dem Reis hier drinnen schön ordentlich durchschütteln. Der Reis wird alle Verschmutzungen von dem Glas jetzt nämlich lösen. Anschließend das Gemisch hier ausschütten und nachträglich immer noch mit Wasser schön ordentlich durchspülen, dass auch wirklich der ganze Reis und vor allem auch die Ablagerungen nochmal schön rausgehen. Das sollte jetzt aber auch schon reichen. Ich denke, man kann recht gut sehen, die Flasche ist innen drin wieder so sauber, wie es auch sein sollte. Variante Nummer 2 ist ein ähnliches Prinzip, jedoch noch einmal effektiver, schonend dafür das Glas hier und vor allem verschwenden wir auch kein Reis. Hierfür gibt es nämlich solche speziellen Reinigungsperlen, die extra für Glaskaraffen, Vasen und vor allem auch Flaschen entwickelt wurden. Zuvor gebe ich wieder etwas warmes Wasser in mein Gefäß hinein, danach die Perlen vorsichtig hinzugeben, natürlich nicht zu stürmisch, nicht dass irgendwas kaputt geht. Und dann lasse ich durch Greisbewegung die Kugeln ihre Arbeit machen, solange bis das Innere wirklich schön sauber ist. Natürlich kann ich auch hier oben mit meiner Hand den Deckel ersetzen und somit die Kugeln wirklich überall arbeiten lassen. Wenn die Karaffe sauber ist, am besten einen Sieb nehmen und wir können die Kugeln nämlich alle ausschütten. Danach diese Kugeln einfach noch mit etwas sauberem Wasser wieder sauber machen und wir können die Kugeln immer wieder verwenden. Wie du siehst, ist auch diese Glaskaraffe hier von dem Sirup schön befreit worden und diese ist wieder sauber. Doch jetzt noch ein Härtetest, denn diese Flasche hier ist innen drin schon so milchig, weißig, was man mit keiner Bürste wieder richtig sauber bekommt. Auch hier wieder etwas heißes Wasser hineingeben, das sollte auch schon reichen. Und anschließend wieder alle Kugeln hinzugeben. Deckel schön verschließen und ich lasse die Kugeln ihre Arbeit machen. Alle Reinigungsperlen wieder entfernen, hierfür den Sieb verwenden. Und wir können sehen, dass die Flasche innen drin wieder komplett sauber ist und auf gar keinen Fall mehr irgendwie milchig oder weiß. Solche Reinigungsperlen hier sollten meiner Meinung nach in keinem organisierten Haushalt fehlen. Egal ob zum Reinigen von irgendwelchen Karaffen, Glasflaschen oder auch Vasen. Wenn du dir also solche Reinigungsperlen hier, Glaskaraffen, einem extra für Sodastream oder sogar Vasen zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller und seinem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in den Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.